Hallo, ich bin Mia, ich bin zwölfjähriger und ich liebe das Rhönrad, weil man immer Neues lernen kann und immer wieder an seine Grenzen kommt. Ich finde es einfach toll, dass man so eine Sportart hat, die man einfach so richtig gerne mag. Man kann einfach manchmal so ein bisschen so seine Gedanken loslassen, weil man dann sich so auf die Kühe konzentrieren muss und dann fühlt sich das immer ganz schön an.